Herzlich willkommen zu einem neuen Shop Video, wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo lassen, es wird auch nur noch 37 Abonnenten bis 10.000, wäre auf jeden Fall super nice, wenn wir das diese Woche erreichen könnten. Ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video über Werten kommentieren, unter allen würde ich mich ebenso freuen und schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, Link dazu ist in der Videobeschreibung und lasst dort natürlich ein Follow da, um keine weiteren Streams mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an und dort haben wir heute den Wikiskin wieder drin, das war ja der Skin, der gestern neu im Shop war. Hier ist das Besondere, dass man ein integriertes Emote hat, womit man dann zwischen den ganzen Stilen während des Games wechseln kann, also immer wenn man den Emote ausführt, kommt immer der nächste Stil, funktioniert jetzt im Shop nicht ganz so, eigentlich müsste dann eben halt wieder der graue Stil danach kommen, also ich kann euch auch noch einmal die Stile zeigen. Also als erstes, wenn man das integriertes Emote hat, dann beginnt er immer bei dem, den man am Anfang ausgewählt hat, beispielsweise dem Standardstil dann, wenn man das dann einmal ausführt, kommt dann der schwarze Stil, dann der graue Stil und dann der rote Stil, ist auf jeden Fall ganz nice, zusätzlich hat man hier noch einmal die Version mit Kapuze ab, die man ausführen kann, das wird allerdings wahrscheinlich, glaube ich, nicht durch das integrierte Emote verändert. Dazu gibt es dann natürlich auch noch den Schnurrhacken als Spitzhacker, hier haben wir auch wieder vier verschiedene Stile, die kann man allerdings natürlich nicht während des Games wechseln. Auf jeden Fall hier auch einmal den Standard, dann den schwarzen, den grauen und dann den roten Stil, ist eigentlich auch ganz nice. Dann aber als nächstes, den Complex Skin hier, der war ja auch immer kostenlos in einem australischen Cup, glaube ich, drin, wodurch ich den dann auch bekommen habe, ist jetzt allerdings auch nichts Besonderes mehr, weil da zwischendurch auch relativ häufig schon wieder im Shop war. Das Besondere hierbei ist allerdings, dass es ein reaktives Outfit ist und es leuchtet eben halt in der Nacht, also ein paar Elemente fangen dann an zu leuchten, ist jetzt aber nicht so krass das Leuchten, ist aber trotzdem ein ziemlich nice Skin. Dazu gibt es dann die Straßengelands Spitzhacker, ist auch sehr, sehr nice und die Farbfleck-Lackierung und dann kann man noch den Exil-Gleiter kaufen, den gab es allerdings nicht kostenlos, hier natürlich auch wieder ein reaktiver Gleiter. Dann haben wir als nächstes noch den Schlacht-Nunen-Skin, dazu dann die Silberzahn-Spitzhacker, dann haben wir zunächst noch die Viehdieben, dann den Sternstab als Spitzhacker, als nächstes dann noch den Endlos-Rat-Emote, dann haben wir die Biest-Schütze noch, dann den Pop-Sternchen-Emote und als letztes noch den Zusammenreiß-Emote. Das war es dann auch mit dem heutigen Shop-Video, ich hoffe es hat euch gefallen, schreibt mir gerne weitere Video-Vorstärke in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall interessieren und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal!